Servus, Mario aus Thailand, Sakeo. Heute sind der Heinrich und ich in einem Ressort hier in Sakeo und zwar aus folgendem Grund, weil wir hier die Freundin vom Heinrich besuchen bzw. für morgen dann abholen. Jetzt schauen wir uns mal die Unterkunft an hier Leute um 500 Bad, welches geiles Holzhäuschen wir denn hier haben. Auf geht's Leute, schauen wir mal. Da sitzt der schon, der Heinrich. Hallo Heinrich. Hallo, Servus. Unser Holzhäuschen. Also wir haben hier zwei, eines rechts, eines links und jeweils für 500 Bad die Nachtleute. Also sehr, sehr günstig und schaut euch das mal an. So, jetzt schauen wir mal rein. Natürlich mit Internet, ganz klar. Oh, da wird es schon kühl. Warum wird es kühl? Weil wir hier ein Air-Condition haben. Air-Condition, einen Deckenventilator, Fernseher, hinten einen großen Kühlschrank. Ein herrliches Bett hier. Matratzentest. Ah, jawohl, nicht zu hart, nicht zu weich. Ideal. So, was haben wir noch alles? Dann gehen wir weiter. Hier ist eine Abwäsche. Kann man noch eventuell Gläser und so weiter waschen. Was sehr, sehr gut ist, ist der große Kühlschrank. Da kann man wirklich sehr viele Sachen dann einkühlen. So, dann schauen wir rein hier in das Badezimmer und Toilette. Absolut okay. Absolut okay. Natürlich mit Warmwasser. Warmwasser und Toilette. Wunderbar. Also, um 500 Watt, was will man mehr? Dazu noch Pflegeprodukte, das heißt, Shampoo und Haarshampoo und Seife. Okay, absolut okay. Perfekt. Perfekt. 500 Watt, was willst du mehr? Was noch dazu kommt, natürlich hier auch ein großer Schrank. Heinrich und ich bleiben ja nur eine Nacht, das heißt, wir haben ja nicht so viel hier zum Reingeben in den Schrank. Hier sieht man verschiedene Größen von den Häuschen. Da unten gibt es welche mit zwei Schlafzimmern, haben die gesagt. Also eher für größere Familien und so weiter. Wirklich eine tolle Anlage hier. Auch sehr ruhig. Darf ich eine Kleinigkeit ergänzen für meine Freunde zu Hause? Diese 50 Watt, das heißt 16 Euro die Nacht. 500 Watt, 16 Euro die Nacht. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Man kann es uns nicht glauben, aber so ist es. Mit Aircondition, wie gesagt, mit allem drum und dran. Hier ein bisschen Zusammensetzen hier am, 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 draußen auf der Terrasse. Toll. Absolut ruhige Anlage. Herrlich. Also Leute, wenn ihr nach Sakeo kommt, das ist hier zum Empfehlen. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte, es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid absolut mega spitze. Tschüss, Servus, Mario und Heinrich von Sakeo. Tschüss. Tschüss.